Was ist eigentlich mit den Exchange-CUs, also die halbjährlichen Updates, die eigentlich für Exchange-Server erscheinen sollten? In der Vergangenheit sind teilweise sogar alle Vierteljahr ein Update rausgekommen. Aber dieses Jahr hat Microsoft angekündigt, dass es zukünftig nur noch zwei große Updates pro Jahr geben soll, also zwei CUs. Und die kriegen dann auch die einfache Benennung H1 für erstes Halbjahr und H2 für zweites Halbjahr. Und es wird versucht, dass das erste Update im März rauskommt und das zweite im September. Aber jetzt ist schon November und es gab noch kein H2 2022. Was ist da also los? Tatsächlich ist da jetzt gerade ein Blogpost vom Exchange-Team veröffentlicht worden. Und dort steht dann drin, dass es mittlerweile zu spät ist für das H2 2022. Denn im Dezember wollen sie es nicht mehr releasen. Also kurz vor Weihnachten, Jahresübergang und so. Das ist für viele IT-Abteilungen nämlich zu schwierig geworden, das dann da alles unterzubringen. Deshalb wird das nächste Exchange-Update erst das 2023 H1-Update sein. Also was voraussichtlich im März erscheinen wird. Und das wird auch nur für Exchange-Server 2019 erscheinen. Denn Exchange 2016 und Exchange 2013 sind mittlerweile im Extended Support und da ist es nicht mehr vorgesehen, dass überhaupt noch CUs erscheinen. Außer der Reihe kann das natürlich trotzdem nochmal passieren. Aber wie gesagt, ist eigentlich nicht mehr geplant, weil neue Funktionen sollten eigentlich da nicht mehr hinzukommen. Allerdings unabhängig von den CUs kann es trotzdem auch noch Sicherheits-Updates für Exchange-Server geben. Und da sind auch diesen Monat welche erschienen. Das ist auch schon länger so, dass da fast monatlich was erscheint. Also schaut am besten mal, ob ihr da wirklich auf dem neuesten Stand seid. In die Videobeschreibung verlinke ich auch nochmal diese Website hier, wo dann die ganzen Updates aufgelistet sind für Exchange 2019. Allerdings werden die Sicherheits-Updates nur für die aktuellste Version und auch noch Minus 1 veröffentlicht. Also zum Beispiel für Exchange 2019 solltet ihr mindestens auf CU11 sein oder noch besser auf dem aktuellen CU12. CU12 ist dann das 2022 H1-Update. Für Exchange 2016 ist das CU23 das aktuelle und für CU22 würde es auch noch die aktuellen Sicherheits-Updates geben. Für Exchange 2013 ist das aktuellste CU23 und das solltet ihr auch mindestens dann da installiert haben. Denn für die älteren, also für CU22 gibt es gar nicht die Sicherheits-Updates dann noch. Und Exchange Server 2013 läuft nächstes Jahr aus. Um genau zu sein, 11. April 2023, da ist der Support für Exchange 2013 vorbei. Das heißt, bis spätestens dahin solltet ihr auf was Moderneres aktualisiert und migriert haben. Mehr habe ich gar nicht, also wenn es euch gefallen hat, wenn ihr das nützlich fandet, bitte ein Like hier auf YouTube da lassen. Das hilft mir. Dadurch könnt ihr euch bedanken. Ansonsten Fragen, Feedback, Kommentare auch gerne drunter schreiben. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.